Hallo zusammen Ich mache heute mal wieder ein Let's Show War schon länger mal her, dass ich wieder Minecraft gespielt habe Das, was ich euch heute zeige, ist meine Minecraft-Welt, die ich schon sehr lange her gebaut habe Ich weiss auch gar nicht mehr wirklich, was hier alles war Egal, ich fang mal an vorzuzeigen Wieso habe ich die Türe falsch gesetzt? Ok, so sieht im Fall mein Zeug hier aus Ah, noch coole Moven Schauen was in der Kiste ist Nichts Eisen, Gold, Feuerstein Uhren, Kompass, Dateifrägler-Clubs Apilazuli Fischen Hinsch Jups Ok, was hier unten ist, schauen wir dann später Mal nach Hier sieht es nach Farma aus, die nicht funktioniert, weil sie im Eisgelöcknis Hinschen Ich habe so viele Hunde gehört Du, komm mit Hundi, komm Komm Miene Hm, hab auch schon länger nicht mehr gebracht, ne Komm, komm Hundi Wünschen, mitkommen Komm Da gehen wir mal ins Klase Hey, die Tür ist richtig Nix Und wenn wir nicht Schneebälle Kann man immer gewachen Weizen Machen wir uns mal kurz ein Brötchen Das schmeckt wenigstens fang So zerbrotet Uh, und Hey, und so Mein Hund hat es rausgeschafft, kommit Nachher schauen wir mal was da ist Und dort hinten ab zuerst gehen wir jetzt schlafen Und Und Petschen Ich weiß gar nicht mehr wie viele Abonnenten nicht eigentlich, aber ich war so lange nicht mal YouTube Konnte auch keine Videos mehr machen Also, es ist ein Monster Ein Eisengolem, Hallöchen Oh, ein Schneemann Schneemenschen Day Und SeEC Auf Heute Heute Abonnenten heut E Prozent Kanzlerin zu und hier es ist ein Strandhass also gehen wir baden Zipper das in Baden haben mich heute nicht erst Prozent so jetzt ein paar Schuss ich bin getroffen so ein Hundi drückte abrufen weiter wo der Schmack der Brot für Dürr das Sommer und die da wurde ich glaube ein Höhlen Tor machen und hat sich fertig geschafft macht was soll es hier haben wir noch ein Häuschen und und Kürzel Schlafzimmer. Irgendwo habe ich doch einen Zaubertisch, meinte ich. Und Hunde. Yay. Irgendwo habe ich mir einen Zaubertisch gebaut damals. Und da sollte ein Höllentor hin, ist aber keins. Ich glaube, dass das eine andere Version von meiner Welt war, wo ich einen Zaubertisch hatte. Ich gehe mal schauen, ob ich einen in der Kiste habe oder ihn bauen kann. Ich muss eben mal meinen Computer neu aufsetzen und da habe ich all meine Minecraft-Dateien verloren. Und deswegen geht das jetzt hier halt nicht mehr so gut. Da habe ich nicht mehr allsachen. Abschuss. Schaffen wir das? Versuch. Nein, nein, nein. Ouch. Fail. Ach, Mann. Meine Versionen hier. Ah, Ton runter. Ich hatte mal schon ein wenig weiter gespielt. Da hatte ich alle Kissen mit Eisen voll und was auch nicht mehr. Aber leider hatte ich natürlich eben einen Fail. Und deswegen geht es. Ey, vor Jahren. Wah, nein, nein, nein. Oh, scheisse. Sen ist im 2015-Fail aus zu grosser Höhe. Wenn er da mal nicht richtig hat. So, holen wir mein Zeug zurück. Yeah, wir sind nach Level 5. Super. Nachher gehen wir mal in die Hölle. Ich habe nachgeschaut. Das Höllentor haben wir noch. Was habe ich noch? Ey, ist das ein Hundeschwanzer-Toben-Links gewesen? Mal schauen, was wir hier haben. Und wir haben hier einen Aufgang und ein Hündchen und auch eins. Und eine schöne Plattform. Und dann kommt der Stock aus diesem Materialien. Und dann ist... Und jetzt ganz drauf. Oh, alles voll Schnee! Ich weiss genau, dass ich hier ein Bettchen habe. Hatte, habe, hatte, habe, hatte, habe. Oh, so machen wir Screenshots. Yeah, ich habe Screenshots gemacht. So, das war's. Eigentlich von meinem... Oh nein, wir warten ja noch in die Hölle! Hey! Juhu! Oh, tot. Hatte ich gesehen? Der Hund war gerade neben uns. Sachen auflesen. Frage an alle Player. Spielte Clash of Clans? Fragezeichen. Und abwärts. Das sieht jetzt toll aus. Sollte, glaube ich, meine Fackel anbringen. Die, wo Clash of Clans spielen, schau doch mal den Clans in 2017, 2015, 2015 an. Wenn die genug Pokés ab, dann kommt rein. Das ist nämlich mein Clan. So, was haben wir hier hinten unten? Ne, Lore, cool. Ah, nein! Oh, Mann. Das ist ja noch die alte Version. In der anderen Version, die ich neu gemacht habe, hatte ich hier unten eben so Antriebsschienen. Hä, Wunschhündchen! Ich glaube, hier habe ich mal gemeint. Okay, zur Hölle. Fahr zur Hölle! Jetzt geht's los. Hm, die Hölle. Wie schön sie immer ist. Ich glaube, wir hier nicht, ne? Wo? Huh? Ah, Feuer! Feuer! Es werde Feuer! Ah, nein. So. Merken, wo wir herkommen? So. Ja. Viel haben wir hier noch nicht. Eigentlich hatte ich mal viel. Hatte. Betonung auf hatte. Aber das ist wohl alles verschwunden. Ich hatte auch mal einen schönen Farmingplatz. Schön in der Sonne. Äh, in der Sonne, ja. Da sollten wir eigentlich jetzt hinkommen, wenn ich von der Zeit das Höllentor hätte. Wo ich eben nicht habe. Egalchen. Gehen wir hoch. Hoch hinaus. Ich will hoch hinaus. Nein, nicht wirklich, Gott. Ab, äh, aufwärts. Ich weiß nicht wirklich nicht, was ich sagen soll. Es ist dunkel. Hätte hier mal ne Fackel anbringen sollen. Egal, zu spät. Ja, das war's von mir. Hör doch mal sagen, weil ich nicht mehr zu zeigen habe. Weil ich nicht mehr zu zeigen. Ey, ein XP-Kügel schon. Ja, ich bin Level 2. Je nach eins. So. Okay. Das war's dann mal von mir heute. Ja, von heute. Man sieht sich oder hört sich besser gesagt. Bei Leuten abonniert mich und den Nauer. Sein Kanal heisst Schaum Nauer. Mit ihm habe ich Let's Plays Together gemacht. Das wisst ihr ja. Sehr schön. Okay. Ciao.